Ich bin Hauptmann Ebbe Jensen vom dänischen Pionierkorps. Für alle, denen noch nicht klar ist, warum sie hier sind. Sie sind hierher nach Dänemark gebracht worden, um hier nach dem Krieg etwas aufzuräumen. Dänemark ist nicht ihr Freund. Nachdem das klar ist, warten sie nicht, dass die dänischen Bevölkerung sie mit offenen Armen willkommen heißen wird. Niemand will hier Deutsche sehen. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Gegenwärtig liegen 2,2 Millionen Landminen entlang der dänischen Westküste. Das ist mehr als in all den anderen europäischen Ländern zusammen. Jemand muss geglaubt haben, dass die Invasion der Alliierten genau hier stattfinden würde. Was für eine Blamage, für den der Sieg das ausgedacht hat. Und was für eine Schande auch für sie. Wer von Ihnen hat schon Landminen gesehen oder damit hanziert? Und wer von Ihnen hat jemals versucht, eine zu entschärften? Wer hat so eine schon einmal gesehen? Das sind auch die am häufigsten verwendeten Minen. Um eine maximale Wirkung entfalten zu können, werden diese Minen 15 bis 20 cm tief im Sand eingegraben. Und dadurch sind sie relativ einfach zu finden. Sie haben gerade ihre Hände verloren. Na los! Wir haben keine Zeit für Selbstmitleid. Sie sind tot. Ich glaube, wir haben hier unseren ersten tödlichen Verlust. Wollen Sie Ihre Familie nicht wiedersehen? Wollen Sie wirklich der Erste sein, der sterbt? Nein. Ich kann Sie nicht verstehen. Nein, Herr Hauptmann, ich will nicht als Erster sterben. Freut mich, das zu hören. Versuchen Sie es wieder. Schon wieder tot.